So, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich mir ja demletzt ein paar Videos gegeben von den Parcours Twins. Die haben ja nur 400.000 Abonnenten. Dann habe ich mal geguckt, was es noch so für YouTube-Kanäle gibt, die sowas in Richtung Parcours hochladen. Und bin hier auf Storer gestoßen. Und die spielen in einer ganz anderen Liga. Also 4,2 Millionen Abonnenten. Und ja, wir geben uns heute mal das Video Rooftop Escape from Hong Kong. Krass, Mann. 88 Millionen Aufrufe hat das Ganze und wir geben uns das jetzt einfach mal. Wie gesagt, die spielen in einer ganz anderen Liga. Ich würde auch nicht länger dran rumfackeln. Und würde sagen, let's go. Ich muss kurz, so jetzt. Let's get out of here. Fuck. Die jumpen halt jetzt mal durch Hong Kong. Okay. Krass. Oh, shit, Mann. Oh, shit. Ja, gut. Alter. Ich würde mich sowas ansatzweise nicht mal trauen. Wer weiß, wie viel Meter hoch das hier überhaupt ist. Okay. Oh, shit, Mann. Wenn der da ins ungleichgewicht kommende Maß ist. Krank. Also die jumpen einfach von hoch aus zu hoch aus. Oh, shit, Mann. Oh, shit, Mann. ah scheiße ja genau kranker typ geil einstudiertes video aber sorry sorry der typ ist safe erstmal geschaut schaut mal diese stabilität von dem video an gopro 7, hero 7 möchte es vielleicht krass videos jeden montag krass man die sind krass also jeden montag laden die anscheinend ein video hoch brutal ja krasses video auf jeden fall die juckt überhaupt gar nichts also jedes montag laden die ein video hoch wie gesagt nicht nachmachen das sind sowieso profis und ja wir schauen mal was wir uns in der nächsten zeit noch zu geben in diesem sinne peace folgt mir auf instagram ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020